ja hallo und herzlich willkommen zurück zu letztlich Borderlands 3 4 sind wieder auf Prozent Atheners und und wir müssen die Prozent Sachen von Ewa und ein Bäumchen und Antike sind Naja an sich schon aber halt die die Leute die hier das ganze lagern die sind nicht anders was ist das ich kann es nicht mehr ah Video ah die neueste Videospielkonsole ok und Nap für Haustier und oh süß Ultra Elite Pro Mega Super Controller wenn die das alles gefunden scheiße mein Notizbuch du musst auf jeden Fall mein Notizbuch retten wenn das rauskommt muss ich sterben da stehen meine total geheimen Notizen drin ja tschö tschö bleib liegen Lusche äh äh Da war keiner Da ist noch ein Postgeist Da ist noch ein Postgeist So, sehr schön Das brauch ich nicht Aber kann nicht gut verkaufen Na, nachladen Nach dem Lachen wird der gesamte Terror Okay Das ist gut Das nehme ich mal auch So So He 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 Entschuldigung Ich hab nur noch 19 Kugeln Wow Oh Ich muss niesen Uiuiui Oh 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 Mit 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 Die Technologie muss besser mit dir. Die Technologie muss besser mit dir. Die, die immer weglaufen, versüßt. So. Ja, hab ich wieder 30 oder beziehungsweise 40. Ah, da. Nein, natürlich. Wo ist das? Wo ist mein Notizbuch? Hey, hallo zusammen. Ich bin Private Beans. Hört mal kurz auf Häuser zu verbrennen. Und hört euch das nämliche Tagebuch dieser Emo-Braut an. Das ist zu lustig. Hier, hör zu. Auf der Flucht. Tag 1. Ich glaube, meine ganze Familie ist tot. Was soll ich nur tun? Das ist nicht... Das geht nicht! Kammerjäger, du musst was unternehmen! Finde ihn! Tag 3. Meine Familie fehlt mir so sehr. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre mein Herz eine Faust, die ein Stück Stacheldraht ganz fest umklammert. Es tut so weh, den Draht festzuhalten, aber ich habe Angst, ihn loszulassen, weil ich ihn dann nie mehr zurückbekomme. Ruhl, schnief! Da geht's nicht um mich! Das ist nur ein Song, den ich schreibe! Es geht um Politik! Ja, das glaubt mir keiner, oder? Vergiss es, finde den Typen, bevor er meine Geheimnisse entdeckt! Oh Mann! Ja, verdammt! Gut. Wie er das vorgelesen hat. So, gut. Gut. Okay. Wie er spannert. So. So. Super. Das kann ich nicht mehr bestimmen. Du elender Cheater! Erwischt und abserviert! Hey, ich brauche Deckung! Ja, da ist einer. Und da ist ein fetter. Tja, Outsteig! Kaffte jetzt gar nicht. Uiuiui. Die haben es ja wirklich geschafft, ihn zu kriegen. Krass! Komm und hol es dir! Geh! da das sind alles bett es ist Aaaaaaah. Oh. Uuuuh. Das war knapp. Ja, lass mich in Ruhe. Hey, 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 hey. Uuuuh. 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 No tanto. Und dann... Und dann... So... 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 Scheiße Ich wollte eigentlich Ding machen Granate Na verdammt Naja aber hey das Nachdem wir nachladen Wird der gesamte Terror verbraucht Und er zeigt ein Nova Ah ne 90 mal 3 Ist nicht gut So So Okay Dann hab ich ja hier doch Weil er noch alles bekommt Hm Hier ist er Tag 443 Der Captain bot mir einen Platz in seiner Crew an Ich bin beim nächsten halt von Bord gegangen Mit seinem Raumanzug Den hab ich dann verkauft Ich brauchte was zu essen Ring Ring Hallo Wir verkaufen Bindungsängste Oh du hast schon alle Pech für mich Hahaha Nein so war das nicht Ich wollte nicht Weißt du was halt die Fresse Wichser Kammerjäger Ich meine es tot Ernst du musst ihn finden Das ist wirklich wichtig Oh Gott Ich hoffe ich muss nicht nochmal gegen Trench Äh Trant Trench Weiß nicht Kämpfe Ich bin in dieses blöde Kloster gegangen Die beschissenen Mönche stinken wie Gouda Und ich hab wirklich jeden Käse gesehen seit ich hier bin Es gibt also eine Tussi mit blauen Haaren die öfter am Markt rumhängt Sie hat eine total coole Maliburnwaffe Vielleicht kann ich ihr etwas stählen und es gegen die Waffe tauschen Oh oh na hoffentlich hören keine Mönche zu Ich bin so enttäuscht von dir Kind Bruder Mendel ich wollte mich nicht über euren Käsegeruch lustig machen Ah Das ist so scheiße Ah Ja Wer auf der falschen Seite steht, stirbt Komm Ich sehe totes Fleisch Wie schon wieder Eijei Eiji 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 Oh mein Gott. Ach komm. Die Knüchmäusche. Oh mein Gott, da ist noch einer. Oh mein Gott, da ist noch einer. Oh, da ist ja noch einer. Wieso erwischen die mich immer? Oh mein Gott, da ist noch einer. Okay, nächste Runde machen wir weiter. Macht's gut, bye bye. Hiperian, wir sind dieses Mal nicht die Blüten. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.